Hallo Werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Akersack und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Ersteindruck und zwar heute zu die Klingen der Wächter Ein Manua, der hierzulande bei China Books erscheint Und also, by the way, Manua ist ein chinesischer Manga im Wesentlichen, für die sie es nicht wissen Und ja, ich hab den sau oft empfohlen bekommen Vor allem in letzter Zeit vom Goten, vom Okuyasu, der auch dazu ein Video gemacht hat By the way, beide verlinke ich, Okuyasu ist auch ein Manga-Tuber Goten hat inzwischen einen eigenen Manga-Blog, was ziemlich cool ist, wo er unter anderem auch mit Dona und ich glaub Padteaser Beiträge schreiben, auf jeden Fall richtig cool Und ja, da hat man halt sau oft gehört, ja, Kling der Wächter, richtig geil Und dementsprechend war ich jetzt gespannt und hab mir einfach mal gegönnt Aber bevor wir jetzt dazu kommen, ob dieser Manua was taugt, klären wir doch erstmal, worum es sich in die Klingen der Wächter überhaupt geht Die Klingen der Wächter spielt im alten China und dabei steht im Mittelpunkt Daoma Ein Mann mittleren Alters, der zusammen mit seinem Sohn durchs Land reist und verschiedene Aufträge erfüllt Er füllt diese Aufträge, bestehen im Wesentlichen auf, ja, Kopfgeldjagd Denn er muss ein paar Schulden abbezahlen Und ja, relativ schnell wird klar, Daoma ist kein gewöhnlicher Kopfgeldjäger A, sein Talent für Schwertkämpfe ist abnormal Es wird einfach schnell deutlich, okay, der Typ hat einige Geheimnisse Und so verfolgt man nun die Klingen der Wächter Daoma auf seiner Reise Und ja, Kling der Wächter hat derzeit in Deutschland drei Bände Allerdings habe ich diesen ersten Druck erst ein Band gelesen Obwohl ich eigentlich immer den so handhabe, wenn mehrere Bände raus sind Dass ich auch alle verfügbaren Bände lese beim ersten Druck Doch, ich muss sagen, bei den Klingen der Wächter war mir einfach nach dem ersten Band schon klar Was ich davon halten werde Und zwar, ja, ich muss sagen, ich finde es fucking geil Also, holy fuck, die Klingen der Wächter ist so geil Und falls ihr jetzt meinem Wort nicht glauben magt Hinten drin sind erstmal Stimmen von Prominenten und Medien Und dabei sind die ersten beiden Stimmen einfach mal von Rumiko Takashi Also, der Mangaka hinter Inuyasha Und auch von Toro Fuji Sawa Also, der Mangaka hinter Great Teacher Onizuka Und beide lieben das Ding Also, dass jeder, wirklich jeder, der dieses Ding liest, feiert es Und ich würde sagen, wir fangen nämlich erstmal an mit den Zeichnungen Also, wir fangen damit an, was halt geil ist Und dabei fangen wir halt an mit den Zeichnungen Und ja, bei den Zeichnungen muss ich sagen Mein erster Gedanke war, als ich es aufgeschlagen habe Hm, sieht irgendwie aus wie Vagabond Und das ist kein Zufall Denn direkt hier wird schon geklärt Ja, also als Inspiration für das Ding Da gilt unter anderem Vagabond Aber auch zum Beispiel Blade of the Immortal Welchen wir jetzt vor kurzem ja auch in dieser Neuauflage bekommen haben Ist zwar ein bisschen teuer, aber lohnt sich Und ja, die Zeichnungen sind einfach geil Es ist schön realistisch gezeichnet Es hat so viel Detail Gott, es sieht so gut aus Und allein die Action hat einen schönen Flow Klar, vielleicht am Anfang noch nicht ganz perfekt Aber gut, das ist tatsächlich auch noch das Erstlingswerk von dem Autor Der hatte vorher nie großes dabei, Comics zu zeichnen Und ja, also What the fuck? Solche Zeichnungen als Erstlingswerk Holy fuck, Respekt Einfach nur Respekt Doch Zeichnungen sind natürlich nicht das Einzige, was Geiles an Die Klingen der Wächter Nein, sondern jetzt kommen wir auch zu den Charakteren Und oh boy, die Charaktere Holy fuck, die Charaktere Dann wird zum einen Daoma Daoma ist halt, wie schon erwähnt Ein Mann mittleren Alters Der unterwegs ist mit seinem Sohn Und der Typ ist einfach ständig so richtig Smug unterwegs Also immer sein Grinsen Und haut dabei ständig so meintlich Philosophische Sprüche raus Und ich würde sagen, erinnert mich am ehesten an Iroh aus Avatar Nur halt in Jung und deutlich gewaltbereiter Weil ne Daoma tötete natürlich in dem Manuar sehr viel Und ja Ich persönlich muss sagen Iroh ist mein zweitliebster Charakter aus Avatar Dementsprechend mag ich Daoma Jetzt schon Und vor allem Er hat einfach so viel Persönlichkeit Nach nur einem Bansch Und das ist, ach geil Und dann allein seinen Sohn Der Sohn ist halt noch recht klein Und Ach Gott Es ist so putzig Die Szenen mit dem Sohn Ich sag nur Ich denke mal Die Szene dürfte in der Leseprobe drin sein Die es am Gratis-Comic-Tag gab Wo Der Sohn Bis 10 zählen sollte Und dann die Szenen bezüglich 7 Also für die Leute Die den ersten Mal schon gelesen haben Oh mein Gott War das süß Oh mein Gott War das süß Und da hört es halt noch nicht mal auf Bei den beiden Auch hier der Typ Bei dem Daoma die Schulden hat Der eigentlich gar nicht so sehr Auf das Geld behaart Aber Daoma ist halt so Nein man zahlt alle Schulden zurück Der ist schon doch ziemlich cool Auch da bezüglich was er da anbetet Und Co Ah geil Und dann Der hat halt auch noch eine Tochter Die Einfach Der erste Auftritt So ziemlich Wie so Bäm Einen wegtritt Das ist Man hat auch noch schöne Badass Charakt Female Charakter Was will man charaktertechnisch bitte mehr Okay vielleicht Character Development Aber das kommt bestimmt auch noch Und da hört es halt noch nicht auf Mit den guten Sachen Denn Was hat der Manga Manua Entschuldigung Noch Unter anderem Geile Comedy Denn Das Ding ist Mag Für die meiste Zeit über Sehr ernst sein Aber es hat halt immer wieder So Comedy Momente Vor allem durch den Sohn Und Ja ich würde sagen Ein paar Comedy Momente Erinnern mich am ehesten An den Humor von Golden Kamui Auch eine Manga Reihe Die ich wirklich liebe Ich sag nur die Szene Mit den Heißen Quellen Die Szene hätte so Eins zu eins Auch ein Golden Kamui sein können Ganz ehrlich Und das mag ich Also Humortechnisch auch Top Und dann zu guter Letzt Muss man nämlich auch noch sagen Das Worldbuilding Also wirklich Im ersten Band Wird einfach schon Die komplette Welt Etabliert Zugemessen Das Ding hat auch noch Leicht Fantasy Aspekte mit Was über natürlichen Also die Welt Wird geil Etabliert Mit den Charakter Wird geil etabliert Es macht einfach Laune Und da muss ich nämlich sagen Das ist die größte Stärke von Die Klingen der Wächter Die Klingen der Wächter Ist finde ich Genau das Was ein Band 1 Sein muss Es hat Einfach alles Es etabliert die Welt gut Es hat geile Zeichen Und es hat direkt So anfangen Wenn so gewisse Mysterien So angeteasert Man weiß ungefähr In welche Richtung Es gehen wird Es hat sogar auch 1-2 Wirklich coole Überraschungen Ich sag nur Bezüglich Schlange Also für die Leute Die den ersten Band schon gelesen Haben Das ist wirklich Ein perfekter Erster Band Das kann ich Nicht anders Sagen Und Ja Einige werden Wahrscheinlich Jetzt sagen Ja Das mag ja Schön gut sein Aber der ist Ganz schön teuer Denn Ein Band kostet Tatsächlich 15 Euro Ja Im Vergleich Zu Manga Mag das Auf einige Teuer wirken Ich meine Das einzig Vergleichbare Ist momentan Vielleicht Mushishi Und das ist halt Super Nische Weswegen es 15 Euro kostet Und hat halt Farbseiten Okay Und das Ding Hat halt auch Keine Farbseiten Aber Erstens Die Edition Ist wirklich Schön Ich meine Es ist Großformat Was bei Diesen Zeichnungen Auch verdammt Normal sein sollte Jeder Band Hat irgendwie 200 Seiten Dazu Es ist halt Nische Ein bisschen Weil Ganz echt Kaum Einer Redet groß Über die Klingen Der Wächter Was ne Das kommt Ein Verbrechen Gleich Und Ja Ich muss halt Auch Offen Ehrlich Sagen Ja 15 Euro Wirken Teuer Aber Gebt Lieber 15 Euro Für Ein Band Von Die Klingen Der Wächter Aus Als Anstatt 15 Euro Für Zwei Bände Von Na Reihe Die Vielleicht Ganz Cool Sind Ich bin Ehrlich Ich zahle Lieber Ein bisschen Mehr Für Eine Qualitativ Richtig Geile Reihe Als Für Vielleicht Ein Zwei Bände Mehr Für Eine Reihe Also Dementsprechend Muss ich Auch Holt Euch Auch Wenn Es 15 Euro Kostet Es Lohnt Sich Und Ja Ich Würd Sagen Jetzt Kommen Nämlich Auch Mal Zum Fazit Von Die Klingen Der Wächter Da Muss ich Sagen Die Klingen Der Wächter Wie Schon Erwähnt Hat Hat Ein Perfekten Ersten Band Wirklich Dieser Band Ist Eine 10 Von 10 Aus Sicht Eines Ersten Bandes Allgemein Würde Ich Dem Ding Dann Sagen Bislang Eine 9,5 Also Ein Bisschen Steigern Kann Es Aber Es Ist Der Erste Band Und Nach dem ersten Band Schon Eine 9,5 Zu Geschichten Die Ich Dieses Jahr Gelesen Hab Ich Freue Mich Schon Sehr Band 2 Und 3 Zu Lesen Vor Ein Vorteil Ist Jetzt Kann Ich Auch In Lektors Manga Wochen Mehr Darüber Schwämen Ja Ich Glaube Man Merkt Ich Bin Begeistert Von Die Sache Und Ich Möchte An Dieser Stelle Sagen Danke An Jeden Einzelnen Der Mir Dieses Ding Empfohlen Ich Hatte Es Schon Länge Auf Schirr Mir Dacht Ja Ja Sieht Cool Aus Aber 15 Euro Ich Weiß Nicht Man Nur Hab Ich Nicht Große Erfahrung Mit Aber Ich Bereue Es Nicht Ich Bereue Es Bei Weitem Nicht Ganz Im Gegenteil Danke An Okuyasu Gott Und Wer Mir Nicht Noch Alles Dieses Ding Empfohlen Hat Denn Ganz Ehrlich Das Ding Ist Einfach Der Absolute Wahnsinn Ich Beschreiben Das Ding Kriegt Eindeutig Mein Seal Of Approval Nice Und Ja Damit Am Ende Dieses Manua Ersteindrucks Ankommen Ich Hoffe Euch Hat Es Gefallen Bitte Holt Euch Die Klingen Der Wächter Wenn Ihr Diese Art Von Geschichte Mögt Es Ist Brutal Es Ist Einfach Geil Ich Kann Es Nicht Anders Sagen Und Ja Falls Ihr Schon Geholt Habt Wie Findet Ihr Der Das Ding Liest Findet Es Wirklich Geil Und Es Ist Wie Schon Erwähnt Eine Schande Dass Das Ding So Untergeht Im Deutschen Markt Ich Wette Mit Euch Der Großteil Kennt Dieses Ding Höchstens Vielleicht Mal Hier Oder So Gesehen Ich Muss Sagen Die Meisten Comic Buch Lernen Führen Nicht Mal Die Bände Von China Box Warum Auch Immer Im Kopf Von Meinen Comic Buch Lernen Durch Gehe Habe Ich Noch Nie Das Logo Von China Box Also Dieser Drach Hier Unten Allgemein Irgendwie Ein Buch Von Den Also Ja Es Ist Eine Schande Und Darum Hoffe Ich Sehr Dass Mit So einem Video Hier Vielleicht Das Ding Mehr Leser Bekommt Was Ein Bisschen Traurig Ist Es Band 54 Ende November Erscheinen Sollten Wollen Verschauen Auf Irgendwann Im Februar Was Ganz Ehrlich Scheiße Ist Trotzdem Lest Lest Das Ding Und Dann Möchte Ich Auch Jetzt Nochmal Danke Sagen Denn Zum Zeitpunkt Dieser Aufnahme Habe Ich Die 900 Abos Knack Gut Wenn Das Video Online Geht Wär Ich Wahrscheinlich Kurzzeitig Wieder Unter 900 Sein Weil Aus Irgendwelchen Gründen Immer Wenn Ich Video Hochlade Verliere Ich 1 2 Abonnenten Und Kriege Dann 7 Neue Dazu In Den Nächsten Tagen Keine Ahnung Warum Ist 100 Stück Das Ist Der Wahnsinn Auch Müsste Ich Danke Sagen An Alle Noch Zukünftigen Abonnenten Auf Noch Viele Tolle Videos Hoffe Ich Dass Ihr Sie Toll Findet Wenn Nicht Werd Es Traurig Aber Dank Für Zusehen Und Holt Euch Die Klinge Der Wächter Ciao